Janik versteckt sich. Janik ist ne Milch. Ist ne Milch. Hallo. 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 Herr Bürger, erzähl mal, was haben wir denn eben gemacht? Eben gerade? Ja. Gegessen? Gegessen. Ja. Ja, Janik und ich waren bei diesem Asiaten. War ganz lecker, ne? Buffet. Buffetform. Jörg hier würde sagen gescheppert. Ja, hat richtig gescheppert. Also wir sind hier auf jeden Fall gerade im Untergeschoss eines Kinos. In dem Kino haben wir gestern Abend den Haubild geguckt. Dabei ist ich ja nicht eingeschlafen. Stimmt nicht. Letzten 10 Minuten hat er verpasst. Nein. Ja, Janik ist ein bisschen kränklich so die letzten Tage. Ja, ich war da ja ein bisschen krank. Das hab ich gemerkt. Das ist seine Medizin hier. Frozen Cola. Ein Dollar. Das ist echt frozen für den Hals. Das kühlt mir schon. Ein Dollar. Ein Dollar. Tja, wir müssen jetzt noch irgendwie acht Stunden oder so. Ja. In Wellington. Länger noch. Oh, länger? Ja. Ja, also die Fähre geht um halb drei. Da sein müssen wir... Da sein müssen wir spätestens um eins. 1.30 Uhr. 1.30 Uhr. Das heißt, wir sind vielleicht so um eins da. Das heißt, wir müssen hier um Viertel vor eins los. Und bis dahin... Ich weiß nicht, wie lange man fährt. Das ist drei Kilometer weg, oder? Nee. Das steht auf den Schildern. Also jedenfalls ist heute nicht mit Bett oder so. Nee. Heute ist nichts mit Bett. Wir waren vorne im National Museum. Das war sehr schön. Ja. Free Entry. Deswegen waren wir auch nur da. Ja. Das ist was gut und günstig ist. In der Tat. Gestern haben wir noch eigentlich Wellingen. Ja. Gestern haben wir uns Wellingen gekauft. Dann im Botanischen Garten. Dann in den Weta Caves. Ja. Frisch hier. Ja. 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 Dann sehen wir uns wahrscheinlich noch mal auf der Fähre. Ja. Zeig ich noch mal den Footcourt hier. Ja dann. Bis später. Tschüss. 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 Tschüss.